Ich wünsche Bibel TV, dass es die Menschen erreicht, im Kopf erreicht, im Herzen erreicht und dadurch mit dazu beitragen kann, dass christliche Grundorientierungen, die an der Menschenwürde orientiert sind, die soziale Gerechtigkeit, die ein Zusammenleben der Menschen ohne Gewalt befördern können, dass sie das alles wirklich auch in die Herzen bringt, in unsere Gesellschaft hineinbringt, in die Öffentlichkeit hineinbringt und so dazu beiträgt, eine Gesellschaft zu gestalten, in der alle Menschen in Würde leben können.